Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Minkwanter. Ich begrüße euch recht herzlich in Black Ops 2. Wir spielen Kissenkrieg. Der Unterschied ist diesmal, dass ich nicht als Schildträger spiele, hinter mir, hinter mir. Sondern als Spieler selber. Nicht blocken, nicht blocken. Und mein Sohn, der Dominik, spielt gegen den Fab. Hä? Was war denn das jetzt? Oh, da haben meine Leute gepennt. Also ich habe jetzt auch gerade woanders hingeguckt. Wenn ihr Christa habt, bitte Bescheid sagen, hinten in den Karten schmeißen. Bei mir das Gleiche. Jaja, wie wüsstet ihr, hier gibt's ja auch nicht. Kaufe euch ein. Vorräte. Ey, nicht aus dem Haus rausschießen, Alper. Haben wir doch eben ganz, äh, ganz viel gesagt. Dominik, du kannst mal hier, äh, dann auch... Oh, gleich zweimal. Wir spielen sie im Haus um. Gut, man wird schon angehittet, obwohl man nicht mal im Desktop ist. Au, ich habe meine Beine rausgeguckt. Dominik, du kannst hier mit R, Doppel-R, dann kannst du wechseln. Du musst R. Klappt nicht. Da hast du ein Geschirc, da hast du ein Geschirc. Papi, ich habe Probe. Oh, ich habe hier so richtig gesehen. Kommen wir nix, kommen wir nix, kommen wir mal her. Komm mal hier hin, komm mal hier hin. Gehen bitte. Sollte ich nicht erst mal warm spielen. Hier, hier, mit dem Schild. Aber um springen und so ist erlaubt, oder? Ja, du kannst springen, wenn du willst. Stell ich mal in die Ecke des Busses. Leute, Mann, hier raus. Mann, ähm. Leo, mach ich. Schau's hoch, Vorräte. Leo, ich komm weg. Leute, die Vorräte unterwegs. Waffe, die Waffe ist scheiße. Nö, die Waffe ist gut. Noch mal Vorräte, ey. Ah, ich hab auch ein paar Vorräte für dich. Ich hab auch. Sexy. Gut, man trifft ihn. Ich krieg immer schön Sachen. Läuft halt, ne? Ja. Ach, gibts das? Verreckt doch, Hardstyle. Nein. Doch. Leute, was denn mit dem Vorräten, ne? Anstatt hinten, uns rumzustehen. Hey, hey, hey. Was denn? Oh. Du, du, du Lachsdorch. Du vergammeltes Stück Fischdorch. Ich hab nur drauf gewartet, dass ich dich umdrehst. Ja. Hey, block mich nicht. Das hasse ich ja. So, da hab ich noch mal was Feines. Verdammt. Verdammt. Verdammt, ein Verkiste. Oh. Nun verreckt der da nicht. Doch, jetzt ist er tot. Na, eins vor Vorräte. Tino. Oh, es tut mir aber leid. Ich bräuchte mal irgendwie Vorräte. Äh, 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 Muni, 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 Muni. Kiste. Für wen? Nur wenn du Kiste sagst, weiß ich nicht von wen. Äh, für Dominik. Dominik passt auf, niemals da hinstellen. Dann machen. Ja, ja, passt schon. Bin noch da. Kohräte erwarten Befehle. Danke. Kiste! Jaaa! Kiste! Yippie! Ah! Hier. Guck mal, da steht... Das Ding ist scheiße, Dominik. Das musst du immer wechseln. Ja, da ist eine Teil des Mist. Okay. Weil damit kittst du so gut wie keinen. Lerne. Lerne. Ah! Hinten an den Kisten. An den Kisten. Fabi, kommst du mal wieder? Nein, da hat er mich von da erwischt. Auf die Beine! Auf die Beine! Vorräte! Was? Vorräte! Was? Vorräte! Pff! MQ27 Dragonfire eingesetzt! Hehehehe! 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 PK! Nicht aus dem Haus raus! Excuse me! Wenn du durchläust und eingeschossen wirst, hast du Pech gehabt. Das Rückschießen ist nicht. Kann man mit der Dragonfire nach oben fliegen? Steht da! Wird dir angezeigt! Mit was du nach oben fliegen kannst. Ah! Super! Danke! Danke! Nicht zu hoch fliegen, weil dann gehst du auch kaputt. Ich bin ja eine erwünnete Vorräte unterwegs. Ah, verdammt. Ja, das sind alle Sachen, die muss man erstmal lernen. Ich blocken bitte. Da steht einer auf dem Auto ganz wenig. Ja, das kann ich. AGR! Wow! Einer Marie kaputt! Du hast jetzt da so ein Teil, damit kannst du den kaputt machen. Oh! Okay. Gute Beschreibung, du hast da so ein Teil. Au! Oh, Fabi! Der hat sich raus geguckt, wie ich das mache. Jawoll! Alter, weiß man wie das ist, ne? Hehehehe! Nika, steh mal auf. Lass dich nicht hinlegen. Von da schießen. Na, Leute! Mach mal. Stehen nach dem Kissen! Wir blocken alle Campen auf der rechten Seite. Oh! Oh! Nein! Ah! Dann wäre ich doch zum Nachladen weggegangen. Feindliche Vorräte unterwegs. Was? Feindliche Vorräte? Das geht ja mal gar nicht. Bist du runter? Ach, verdammt. Nur werden wir weg. Immer 1 vor Vorräte. Geschütze ist gut, ich war's gleich ausmannen. Ich kam nicht mehr. Oh! Ach, verdammt. Feindlicher Tarnhelikopter unter... 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 Schön haltendruftballern. Schießen unter... Schießen unter... Ja, du kannst... Du hast... das Ding ist hier, das Ding hat! Jo 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 Nein, ein Vorvorräte! Verdammt! Nein, Domi! Ist der? Ja! Also doch, Fliegenklatsche Weg mit dem Brauchen wir nicht, Abfall Achtung! Nein! Nein! Aft'n Schildtypi Gibt's nicht, wie ich den ja nicht wegkriege, den Hund Ich hab keinen Vollmantel reingemacht Ja, ne Kiste! Du musst doch mal weg da Achtung! Feind sind für Vorräte unterwegs Keine Kiste! Nicht Böck, Mann! Bori Ah! Jedes Mal sag ich das euch! Nein! Da ist ein Ort am Ploxen, wo ich da sind Verdammte! Kiste! Scheiße! Nicht Fluchen! Dommelkiste! Super! Super! Schon lange keine Kiste mehr gekriegt hier! Ja, das ist in der Mitte zwei Stück! Ich krieg niemand! Boah! Nein, dann wollen wir das mal ändern, was? Hätt'n Kiste... Tino! Ja? Erstmal mal den an der Kiste wegzuholen, links Ja, das ist schwer! Wenn wir keinen Vollmantel drin haben Ha! Hätt'ste wohl gern! Ey, war Autofall Ey, wie darfst du denn da rein? Na, ich krieg's den nicht weg da! Ah! Links am Bus sind zwei Wechsel sich ab! Feindliche Vorräte unterwegs! Rotes Haus einhalten in deine Macht! Nein! Scheiße! So kurz... Der hat auch richtig spät gesagt! Unmenschlich! Das ist normal! Verbündete Hunter-Killer-Drauber eingesetzt! Was ist das denn? Assist! Nein! Da will... Boah! Der Pika wieder! Es sind zwei Leute, die... Da kann ich durchholzen, bis der Arzt kommt! Die will nichts passieren! Ey, fass! Oh, wie! Fass! Wie? Komm weg! Ja, tu mal wieder headcashen! Bleib mal so stehen! Nicht so schön bleiben! Dankeschön! Und wie Tricks! Ach nee! Wir sind jetzt an links beim Auto! Auf den Zeitplan achten! Ah! Will ich keine Kisten gleich mal werfen! Eine Kisten mehr werfen! Oh! 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 Die werden jetzt bestimmt auch alle am Auto campen! Ja! Eine Kiste werfen, bitte! Wie! Wie, was? Wie, wo, was? War mir ja nicht verreckt! Ja! Sorry! Schöner Double Kill! Oh! Diese Runde haben wir verloren! Aber, naja! 27, 17! Ja, das holen wir gleich alles auf! Alter, wo hast du ja Verzuckungen, ne? Oh! Guck mal da! Wie er so schön hintereinander weg holen kann! Ja! Läuft bei ihm! Hahaha! Wer hat ne Kiste für mich? Domen weiter so, ne? Nein, er nicht! Nein! Keiner von euch! Nee, ich hab meinen Skype nicht ausgestellt! Das hört man! Ich hab ne Kiste! Ziele beschützen! Super! Oh, super! Danke! Du klarst mir nicht meinen Spot! Hahaha! Oh! Was ist denn los? Darf man in den Blüten schießen? Oh! Nee, ne? Er macht dieses Lehnen, oder was? Nachhaben, aber geschießen! H.. Das spricht doch, hm? Maaaan! Auffrrr! Achtung! Ich mach' ne Wand die Loch vor! Feindliche Vorräte unterwegs! Feindliche Vorräte unterwegs! H.. H.. Also, langsam geht's mir echt! Auf den Zeiger, ey! Oh! Waaaii! Wer hat ihn so? wie kann man feuermolken hier white snow hallo white du darfst dich erst mal nach hinten stellen zwischen die beiden busse darfst du nicht die taste eben gerade gemacht Krone vorröte ja geschehen auch weiter die doch die Gonderdrohne runter nur du kannst den Fall wegschießen mit dem Raketenlafer die Gonderdrohne ich habe ein paar Vorräte warte mal hat er ein AGR draufschießen alle draufschießen der ist in dem Garten nein rechte Seite so AGR ist kaputt super sehr schön nein nein er hat nicht gut weg geholt Tino aber Gerne, gern geschehen. Krass! Tut immer viel zu spät. Dieses Lehnen ist so scheiße, aber auch so gut. Ich kann damit nicht umgehen mit dem Lehnen. Oh ne, dieser Pika wieder, ne? Ich kann da draufrotzen, bis der Arzt kommt bei den Typen. Dominik, Vorräte. Du hast doch das Schild vor mir geschossen. Vorräte unterwegs. Schau mal her mit den Vorräten. Der ist schon auf dem Weg. Alter, was ist mit meinem... Oh, links steht einer. Ich dachte, der schießt. Ah, fuck. Warte mal. Pass auf! Oh nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Ja, komm, schieß halt vom Gedächtnis. Boah! Vier Leute mit einem Rotz weggeholt, Alter! Echt jetzt? Ja! Hacker! Vorräte, oder? Hacker Enjoy Bonn! Vorräte. Super! Und nochmal Vorräte? Zweimal Vorräte? Ja, ich hab dir auch nochmal was hingebrochen. Danke, danke. Oh, super! Hey, weg da! Hey, weg da! Ich wollte dich nicht besuchen, ja. Ja, ich wollte dich auch noch besuchen. Also zu besuchen, weg da! Oh, da darf ich ja nicht langen. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Hier, hab ich nochmal. Äh, was für dich, Dominik? Nein! Einen vor! Oh Gott! Oh Gott! Du möchtest nur Halle sagen, Fabi. Ja, trotzdem. Kawaii, du bist ein Sau. Vorräte, hier! Vorräte unterwegs! Fühl dich ein, und jetzt kommt der nächste. Dicker Vorräte, fühl dich ein. Oh, super! Dominik, Vorräte! Oh, der kommt zum Auto! Oh, der kommt zum Auto! Vorräte unterwegs! Ja, man. Ihren Vorteil. Oh! Oh! Nein! Rettet! Nein! Die Seite schreit. Oh Gott! Oh, ich hab keine Muni mehr. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich brauch Muni! Kann mal einer sterben? Nein! Ach, bitte! Nein, ich bin kurz vor Kiste! Oh! Ich wollte dir nochmal nur gesagt haben, derjenige, der sich rumlehnt, der... Die hat doch! Äh, ist da was für dich, Dominik? Domi, Kiste! Oh! Jo, komme gleich! Vorräte unterwegs! Also mein Team, ne? Ist super! Ja, wie kriegen nix denn? Ja, ich merk's! Sein Team ist das Schweste, der hier besitzt! Ja, der hat ja auch mal einer Team gerichtet, ne? Was wollen wir machen? Können wir nicht einfach die Kids von Alper zählen? Sah aus, ich hab auch noch Vorräte. Mann, ich brauch... Ja, danke! Dominik, Vorräte! Ich brauch... Oh, das will ich ja... Wunderladen! Ich bin kurz vor der Kiste! Was habt ihr denn an? Die kennen wir alle. Habt ihr alles an? Ne, das liegt einfach mal daran, dass du vielleicht mit der Waffe nicht spielen kannst. Ja, die Waffe ist ja auch nicht die Beste. Ja, das liegt nicht an dir. Hier soll ich noch nicht mal... Oh, warte mal, da. Da liegt was. LOL! Fortsicht! LOL! Den leckt. Oh, Fabi! Ihr blockt mich! Ihr blockt mich! Nicht blocken! In deinem Haus sind drei Stück! Schieß da einfach mal rein! So, Fabi! Oh, da sind drei Stück! Er liegt einer! Oh, das war knapp! Oh, das war knapp! Die Kur-Räte erst ein und ein und ein und ein. Die Kur-Räte können nach einer gewissen Zeit verschwinden. Oh, komm, komm, komm! Ja, ich bin schon dabei, alle abzuarbeiten! Oh, ich krieg keinen Erschossen hier! Ich brauch Muni! Nein, jetzt bin ich tot, ey! Es sind zwei vom Auto! Nein! Es ist eine Lüge! Der ist weak, der ist weak! Der ist weak, der ist weak! Also siehst du, da ist keiner! Domi, stell mal dein Geschütz weiter zum Auto! Mach ich gleich, ich hab noch eins! Siehst du, da ist keiner! Das ist eine Lüge! Boah, von wo schießt der denn jetzt da? Von der Seite! Was ist mit unseren rechten Leuten da? Die passen nicht auf! Äh... Danke, dass du mich blockiert hast, wer auch immer grad bei mir war! Achtung! Ich bin auf den Knaden! Der Cobra hat mich bergiert! Deine Füße! Willst du dich noch mehr vorbringen auf den Schiff? Boah, es... es regnet nackt, ey! Ja, ich hab ne Drohne! Du musst mal dein Geschütz ordentlich hinstellen, Dominik! Das ist jetzt echt kacke! Mach ich gleich! Nein! Wie du einfach nicht stirbst, ey! Wie? Du hörst mich so schnell? Oh... Boah, der leckt einer! Ey, dein Geschütz sieht noch beschissener als vorher! Oh scheiße, jetzt bin ich nicht durchs Haus gelaufen! Es tut mir leid, der andere darf wieder spielen! Jetzt stelle ich mich hier hinten hin! Hi Süße! Na, wie geht's dir? Du bist aber heute kopflos! Da kommt meine Kiste! Und was ist... Hunde! Oh mein Gott! Hol dir die Hunde! Oh! 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 Es leckt! Das TeamSpeak leckt! Yippie! Vorräte unterwegs! Nimm wieder solche Spezialisten, die hier... Oh! Hunde, alter! Lass dir die Hunde in Ruhe! Hallo! Oh! Hallo! Hunde! 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 Egal Dominic! Vorräte! Dominic! Schnell! Mach mal! Schneller! Los! Mach alles raus! Los! Mach das mir fit! 100 plus! Hunde! Und bum! Hier kriegst du von mir auch noch ein paar Räte. Zum Schluss ging es noch mal richtig los irgendwie hier. Wie seht ihr denn? 91 zu 29. Dafür, dass er das erste Mal gemacht hat, hat er dich ganz schön oft gemischt. Da warst du da hinten alles noch mit. Liegt halt im Blut, ne? Das wird noch nie. Ein Team braucht man auch keine Erfahrung. Was heißt denn mit so einem Team? Wenn es euch gefallen hat, dass ich als Spieler spiele, dann lasst den Video einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, was auch mal als Waffe nehmen. Auch zu rennen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Ich bin auch scharf. Tschüss. 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 Tschüss.